Bitcoin und Ethereum, was die nächste Bewegung? Lasst uns das in den Charts herausfinden. Wow, Bitcoin hat endlich diese Widerstandsszenien durchbrochen. Und jetzt ist die Frage natürlich, wird das Unterstützung bleiben? Wir sind hier eine Weile hin und her gegangen und wir werden darüber reden, wie wir das Ganze jetzt traden können, da es jetzt durchbrochen ist und weiter nach oben geht. Und es geht sogar höchstwahrscheinlich noch weiter nach oben. Bis zu den Bereichen, worüber wir reden werden in der heutigen Sendung. Also bleibt dran. Mein Name ist Da Vinci Jeremy. Ich bin hier in einem unbekannten Ort jetzt gerade. Aber ich bin mir sicher, ihr könnt rausfinden, wo ich bin. Und mir macht Spaß hier. Ich habe sehr viel Spaß. Und ich werde zurück nach Dubai gehen am Montag, wo ich jetzt gerade lebe. Und wer weiß, vielleicht werde ich irgendwann wieder zurück nach Chile. Ich weiß es nicht. Das muss ich natürlich sehen. Aber ich habe acht Jahre in Chile gelebt. Aber trotz allem, wir werden darüber reden, über die Charts. Bei Bitcoin und Ethereum, weil wow. Ich war ziemlich überrascht über Ethereum, dass Ethereum ausgebrochen ist. Und ich dachte, dass die Bären ihn richtig einen auf den Kopf geben. Und dass wir weiter nach unten gehen. Aber ja, ich habe eigentlich meinen Ethereum-Trade offen gelassen. Und der ist jetzt ziemlich gut im Profit. Also, ich werde darüber reden und viel mehr. Und wenn ihr das traden wollt, dann könnt ihr das traden bei buybit.davincij15.com oder bei femex.davincij15.com. Und bevor wir weitermachen, denkt dran, das ist kein finanzieller Rat. Bitte macht eure eigenen Recherchen, bevor ihr irgendein Geld in den Markt investiert. Also, lasst uns weitermachen. Wisst ihr was? Lasst mich das erstmal rückgängig machen, diese Linien hier. Und lasst uns das ansehen. Diese Trennlinie hier, die wir durchbrochen haben. Und ja, wenn wir die etwas weiter hochziehen, schaut euch an, was passiert. Wenn wir die rausziehen, dann könnt ihr sehen, schaut euch das an. Wir haben hier etwas Widerstand. Kaboom! Und wir sind abgeprallt von diesem Bereich. Und wir gehen jetzt etwas seitwärts auf der 4-stündigen Chart. Also, ich denke jetzt, wir müssen erstmal diese Trennlinie durchbrechen, bevor wir eigentlich einen richtigen Ausbruch sehen werden. Aber die guten Nachrichten sind, das hat ein größeres, breiteres Weg gebildet. Wenn ihr das nicht seht, dann werde ich das einzeichnen. Genau hier. Und da haben wir es. Ja, also, wie ihr sehen könnt, wir haben ein größeres W und der Ausbruchsbereich ist ungefähr, ungefähr auf dieser Höhe. Manche Leute benutzen die Kerzenkörper, aber ich nehme das nicht. Du musst einfach deinen eigenen Maßstab nehmen und selber entscheiden, wo du das hinsetzen möchtest, wo dein Ausbruchsbereich ist. Ich nehme die Wix. Also, ja, ihr könnt sehen, dass der Ausbruch ungefähr bei 49.666 ist. Okay. Sie lieben das einfach. Sie lieben das, diese offensichtlichen Zahlen. Also, das ist der Ausbruchsbereich. Also, wir können sehen, dass Bitcoin höchstwahrscheinlich weiter nach oben geht, weil wir jetzt hier hochgekommen sind. Also, wie kannst du da jetzt einsteigen? Lass uns einfach ran zoomen und unseren Einstieg finden. Also, es ist wirklich einfach. Ich glaube, wir werden zumindest die 38.2 nochmal testen. Lass uns das bis zu dieser Weg nehmen. Zu der hier. Bevor wir uns entscheiden werden, weiter nach oben zu gehen. Also, das wird vielleicht nicht eintreffen, aber ihr könnt sehen, das 13. EMA ist genau da. Also, ich wäre nicht überrascht. Ich bin etwas skeptisch, weil diese Wix unterhalb der 38.2 ist. Also, ich bin etwas skeptisch, dass wir das nochmal testen in diesem Bereich. Höchstwahrscheinlich wird es nur die anderen Fibonacci-Levels erreichen, die ich eigentlich fast nie benutze. Aber ich werde das anmachen. Das Ziel 23.6. Das wird es höchstwahrscheinlich sein, das Ziel. Und da ist es. Genau da. Wir könnten höchstwahrscheinlich nur da runterkommen und den Bereich nochmal testen. Die 23.6. Das ist ein Szenario. Aber ihr könnt sehen, diese Wix hier, das ist ein Signal, weißt du was, dass das ein Unterstützungsbereich wird. Also, ich wäre nicht überrascht, wenn es nur da runterkommt und dann weiter nach oben geht und diese Trendlinie durchbricht. Und wenn wir rüber gehen zu Ethereum, dann könnt ihr sehen, dass Ethereum, eigentlich hat das hier einen W geformt und das wurde jedes Mal wieder runtergehauen, jedes Mal, als es versuchte, da durchzubrechen und dann plötzlich ist es durchgebrochen. Und als es da durchgebrochen ist, ist es ganz klar durchgebrochen durch diesen Bereich und das war das 3333 Dollar und 33 Cent. Und das ist zurückgekommen, hat es getestet und wir sind nach oben gegangen. Und das war ein ganz klares Signal. Also, ihr könnt sehen, dass wir sehr viele Ws hatten hier, wovon wir ein Signal bekommen konnten, um das zu traden. Ich würde das hier genutzt haben. Und als wir das durchbrochen haben, das war's. Und dann sind wir abgehoben mit Ethereum. Also, wie steigst du jetzt ein auf diesen Ethereum Trade? Werden wir noch weiter hochgehen mit Ethereum? Ich glaube, wir werden noch weiter hochgehen. Und wir werden uns die Ziele jetzt gleich ansehen. Also, Ethereum. Höchstwahrscheinlich die 38.2. wird der Bereich sein, den wir noch mal testen werden, bevor wir dann weiter nach oben gehen. Also jetzt, für unsere Ziele, wenn wir wieder zurückkommen, wenn wir auf die tägliche Chart gehen, und auf der täglichen Chart könnt ihr sehen, wow, dass wir ein A, B, ergibt C, D machen können und ein massives Ziel haben. Von unglaublichen Höhen. Lass mich das erstmal nur ein bisschen aufräumen. Oh mein Gott, wow, Ethereum möchte wirklich zu den Sternen gehen. also, wenn du ein A, B, ergibt C, D machst, von hier bis darunter und wir das klonen, Kontroll C und dann, und dann ziehen wir das hier rüber, dann könnt ihr sehen, dass unser Ziel für Ethereum bei 4.600 Dollar ist in der nächsten Zeit und das bringt uns fast zu dem Allzeithoch zu diesen Trennlinien hier. Also ich wäre nicht überrascht, wenn wir diese Trennlinien durchbrechen mit einer massiven, explosiven Bewegung, weil Ethereum hat einen Lauf. Ethereum wird abheben und es wird extrem gut machen in der nächsten Zeit. Wir könnten sehen, dass Ethereum gegen Bitcoin, wisst ihr was, ich habe eine große Menge an Ethereum gekauft, als ich mein ganzes Gold gewechselt habe in Ethereum, weil ich wusste, dass Ethereum Bitcoin übertreffen wird und ich glaube wirklich, dass es weiterhin Bitcoin übertreffen wird, auch wenn wir in den Bermarkt gehen, weil ich glaube, dass Ethereum ein Asset ist, was du wirklich halten musst und ihr könnt sehen, dass das fast, da Ethereum jetzt den Weg führt, da könnt ihr sehen, dass es fast neue Höhen erreichen wird, ein neues Swing High, ein lokales Hoch, Ethereum gepreist in Bitcoin und dann werden wir noch weiter hoch gehen, höchstwahrscheinlich bis hoch zu mindestens 0,16 auf der Preisskala, aber ich glaube wirklich, wir werden hoch gehen bis zu 0,25 gepreist in Bitcoin, also Ethereum gepreist in Bitcoin und wenn wir rüber gehen auf die wöchentliche Skala, lass uns sehen, ich werde dir meine Extension Levels zeigen und dann könnt ihr sehen, an diesen Extension Levels bei Ethereum und das Golden Ratio und die Golden Pocket gibt uns genau das Signal 0,18 Bitcoin, also 0,16 ist ein Spaziergang und das wäre nur die 1,44 also höchstwahrscheinlich oder zumindest werden wir höchstwahrscheinlich bis zu 0,18 gehen, also es ist es wirklich wert, jetzt in Ethereum zu investieren und zu halten und die Hälfte bei einer Verdopplung zu verkaufen in Bitcoin, weil das könnte sehr viel weiter hoch gehen, das könnte noch verrückter hoch gehen und normalerweise wenn das ein Altcoin wäre oder ein Shitcoin dann würde der ein 4X machen aber weil Ethereum ziemlich stabil ist und eine neue stabile Währung ist und die es schon eine Weile gibt haben wir eine ziemlich niedrige Wahrscheinlichkeit, dass wir was absolut spektakuläres machen wie ein 4X oder so auf den Extension Level und da würden wir reden von halben Bitcoin pro Ethereum das ist ein bisschen weit aus dem Fenster das ist unwahrscheinlich dass Ethereum das erreichen wird aber nicht unmöglich aber es hat eine sehr niedrige Wahrscheinlichkeit also ja das ist wo ich glaube wird Ethereum hingehen in der nächsten Zeit gepreist in Bitcoin also wenn du interessiert bist ein Teil von unserer Gruppen zu werden weil wir das jetzt live machen ihr könnt das tun indem ihr rüber geht zu davincij15.com und dann könnt ihr abonnieren und ihr könnt sehen wir haben 50% Rabatt und dann könnt ihr diese Sendung live sehen ihr könnt sehen was wir traden wie mein Portfolio aussieht und das sieht sehr gut aus jetzt gerade das ist wahnsinnig und ja dann könnt ihr sehen was ich kaufe welche Altcoins ich kaufe und was ich trade danke dass ihr geschaut habt und ich hoffe ich sehe euch in der nächsten Sendung tschau